Hallo Leute, hier ist wieder euer Modellbahner44 zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich mich bedanken für über 70 Abonnenten und an die Leute, die meine Videos schauen, die mir ein Like geben, die mir Feedback in den Kommentaren schreiben. Und bei 75 Abonnenten gibt es das größere Abo-Special. Und dann möchte ich noch ein paar Personen hervorheben. Und zwar einmal K-Modellbahn, Modellbahn JP, der junge Modell Eisenbahner, Commodore GS, Sipan und Sven Eisenbahner und Lolli Assemi. Die schreiben unter jedem Video einen Kommentar, geben mir immer Tipps und motivieren mich immer weiterzumachen. Und dann grüße ich noch Sipan. Und dann werde ich euch jetzt noch einen kleinen Zukunftsplan erzählen. Und zwar, ich hatte überlegt, ob ich eine Verladestelle einbaue. Das werde ich nicht tun, weil ich dazu einfach keinen Platz habe. Und dann werden wir jetzt noch einmal schnell die Kameraposition switchen. Dann werde ich euch noch gleich einen weiteren Plan von mir erzählen. Hier vorne steht ja mein Märklin. Trafo. Und dass er hier nicht so offensichtlich rumsteht, habe ich mir gedacht, dass ich hier so ein kleines Gebirge von Noch mit Gips mir selber baue. Bevor ich das aber mache, wollte ich euch fragen, was ihr von der Idee haltet. Ja, dass man den halt so ein bisschen versteckt, nur so hoch, circa. Und dann, was haltet ihr denn von der Idee? Schreibt sie auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Modellbahner 44. Ciao, Leute! Ciao, Leute! Ciao, Leute!